Wir haben heute von morgen um 9 Uhr bis am Nachmittag um 5 Uhr eine Wettkampf. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt einen Wettkampfplatz haben mit den aktiven Turnerinnen und Turnen. Das heisst von der Kategorie 5, Kategorie 6, Kategorie 7 Damen und Herren. Heute ist der Fokus, wieder einmal in der Atmosphäre von Wettkampf zu turnen. Es gibt immer überragende Turnerinnen oder auch solche, die wieder einmal froh sind, ihr Können zu zeigen. Darum denke ich, wir werden alles sehen können. Von sehr gut bis zu solchen, die sich in den neuen Übungen noch etwas üben. Ich bin sehr froh, dass sich alle gefreut haben. Manchmal hat man eher mehr in den neuen Übungen, die sich in den neuen Übungen befinden. Ich hatte auch viel Respekt vor dem ersten Wettkampf. Aber wirklich auf diesen Tagen haben sich sehr, sehr, sehr viel auch gefreut. Einmal Säger! Bei euch. Auch nehme ich an, das ist ein Wettkampf. Es ist ein reiger Anlass, der klein bis gross mithilfet, was sehr viel Spass macht und am Abend aufräumen und nachher noch ein bisschen zusammengucken. Das gehört einfach dazu und das ist auch das, was wir uns dann schlussendlich freuen.